ich gerade angeschrieben von der ehemaligen arbeitskollegin ja 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 so dann würde ich sagen mir oder hat es ein leichtes echo drin bist du wieder an schalter gekommen oh ja ich habe ein leichtes echo drin mal wieder raus ich habe es gar nicht gehört ich dachte das kleine leichte echo ist gut da will ich nicht hin wie kann ich mir noch mal anlagen doch hier anladen wir euch mal ein zack eins sagt zwei ihr seid drin kommen sie rein können sie rausschauen einer ist drin andere ist auch drin ja so ein ganz ganz normales auto keine lackierung kein gar nichts wolf wie sieht es denn aus oder wie ich frage jetzt erstmal neso neso wie sieht es denn aus möchtest du auch in die wolfshöhle in die in den clan wolf ja warte das ist ein club club ja gerne ich muss nur gucken wie ich aus dem anderen hier rauskomme wo ich drinnen bin ja das kann ich verlassen ja jetzt gerne na dann wolf tun sie schon geschehen es sollte funktioniert haben wir haben wieder einen befristeten modus der heißt rocket labs ok welcher war noch mal rocket labs eine ahnung dass mit den maps die keinen die nicht richtig gestaltet sind und so und eventuell auch mit custom settings aber das weiß ich nicht ob das da der fall ist rocket labs diese extra maps diese doppeltormap oder diese runde map oder sowas ja ja stimmt stimmt die das sind ja teilweise auch die alten maps gewesen ich würde sagen wir starten wir probieren das mal nicht umgesetzt haben und so sachen wir probieren das einfach mal kann die doppeltormap war eine zeitlang offiziell weiß ich jetzt doch die waren zeitlang glaube ich mal drin ja sollte irgendwas in meinem hintergrund hörbar sein dann einfach sagen wir da muss ich den pegel nur noch anpassen in discord weil ich habe den jetzt relativ weit unten was ist das für eine map die kenne ich ja gar nicht keine ahnung sie ist auf jeden Fall sehr lang ja und sehr schmal oh nee die diesen ich dachte es wäre eine andere muss ich ganz ehrlich sagen also die kenne ich nicht dann haben es wieder neue gebastelt wahrscheinlich ja ich dachte das sei die map bei der man an der wand fahren kann gibt es auf der länge nicht drei boostpads sondern fünf ja auch mein gott ihr fahrt ich gebe erst meinst vor gibt wahrscheinlich nur ist es wahrscheinlich nur länger und mehr turbo dadurch schaut der ball irgendwie so langsam aus finde ich weil die maps so lang ist ja vielleicht ist er auch ein bisschen lang das war daneben normal eingestellt sonst muss das normale seite stehen nein ja den hast du eben ungünstig weggekickt jetzt geht es wieder in die andere richtung ja ich bin schon ins tor gefahren das sehen wir jetzt da kommt noch mal sehr gut ja ein noch ein kleines stück aber ich bin explodiert da war ein torschuss nein ja der hat ja auch aber und eine vorlage und ein tor alles gut was ist jetzt noch passiert nachdem ich den berührt habe der panik geschoben glaube ich der gegner hat reingemacht alles gut wenn wir es schon nicht können machst der gegner ich bin hinten habe ich ungünstig erwischt dein problem ich mache oh nein ich mache nicht oh sorry warte ich schüsse den nach vorne bin da oh ich triffst du ihn nein noch nicht nein zweimal nicht und jetzt bin ich explodiert er geht über das tor alles gut der hatte ihn noch so der ist weg den habe ich nicht ich werde hier die ganze zeit verhauen so zurecht erst bald nein passt rein die hängen hier alle auf einem haufen ich komme nicht an denen vorbei ich finde das voll lustig dass das voll die enge mal oh nein jetzt wohl deine was heißt meiner die vorlage gelegt achso von dir war die vorlage ok alles gut daneben die vorlage ich drück drücken da mal in die richtung nein torschuss nur komm nochmal ich muss ja mal drehen wieder oh gott ich bin übel weggekriegt nein oh daneben ich stürme ok ja du hast freieses schussfeld nein nein daneben ich stürme nicht so jesu ja sehr gut dass sie sich immer gegenseit blockieren oh oh ne alles gut ich hab den eh nicht getroffen ja aber ich hab den ich hab den nur hoch in unsere richtung geschnickt oh 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 ist der schnell ja er war flott unterwegs ja den hat er gut erwischt den hat er gut erwischt muss man ihm lassen ja ja mach den mal wieder an die decke das war kein turbo ich brauch erstmal turbo oh hab ich nicht bekommen oh da kommt er oh ich hab einen aber ich hab einen ach schade schade oh 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 ja ich komme oh nein ich komme nicht ah schade bin ich gleich nicht schnell genug oh 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 dann aua fack oh 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 nein die haben ihn reingemacht ich würde ihn raushauen oh no das ist aber kein zweites mal so eine aktion es hat aber die richtung war richtig aber er kam zu spät der ball runter die habe ich keine ahnung auf jeden fall sah es schön aus wie du vorbeifliegst ja fand ich ja auch so oder auch nicht da ist wenn gut kann ich mit leben alles gut über alle drüber geschnitten aber so gestehen mir gefällt das mit ihm irgendwie diese lange das ist dann nicht das ist nicht ganz so hektisch wie sonst das spiel nur weil wir gerade hauptsächlich bei denen auf der seite spielen das auch wieder war oh gott der wollte mich der war gut ist da 1 1a quetschball geht das rein ja der geht rein krass ein 1a quetschball hier hat er gemacht ja einer hat jetzt die die mannschaft verlassen was ich immer noch versteht wegen zwölf sekunden warum muss man daher noch lieben dass das kind doch eh schon in den grund gefallen und die niederlage hast du doch so oder so okay ich habe zumindest eine vorlage glaube auch wenn ich hätte bekommen guckt was auf da kommt er ich hätte auch gehabt also du warst auch da einer von uns seitdem gab aber du warst ein bisschen näher dran glaube ich beide so rum na scheiße wolfshöne gewinnt sieg auf ganzer linie jetzt habe ich boost aufnahme 88 wir spielen zumindest ein gegenteil von denen spielen wir noch mal ja natürlich wir sind ja im zwang los wenn du bereit drücken alle bereit drücken kommen die gleichen leute noch mal rein ja aber einer ist rausgegangen also sind nicht die gleichen ja gut ist einer neu hat alle die bereit drücken kommen noch mal rein ok die die keinen bock mehr haben die fliegen raus wer suche es ich komme da nicht hin ich habe ihn falsch erwischt oh oh das war nicht gut er geht aber glaube ich nicht rein außer er kriegt ihn noch rüber ein ich habe ihn vorgelegt für ihn schlecht habe ihn nicht gut gemacht Schande über mich ich nehme den na gut oh läuft schon wieder nicht gut er ist gut kein problem mache ich sehr gut wolf nein drüber nein sehr gut jetzt haben wir ja alles ich nehme den den nehme ich nennt mich Meister der Vorlagen ja der war gut der war gut ich bin hinten ja keine sorge ok wolf macht das ganz alleine da vorne sehe ich ne ich wurde weggetackelt oh 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 gut er passt na mach dann rein um gottes willen nutzt ja der kam mir gerade so schön vor die füße außerdem wollte ich einfach den musste ich verwandeln du weißt moin ich bin hier gerade auf Puschelkurs mit Nesu was ist hier los komm an ihm nicht vorbei immer wenn ich nach links fahr fährt er auch nach links oh das ist das phänomen wenn zwei leute versuchen aneinander vorbeizugehen und beide in die gleiche Richtung ausweichen ok oh 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 der kommt ja auch der kommt richtig böse ah ok zum Glück zu hoch weil ich war viel zu hoch mit dem fliegen ich arbeite noch dran oh oh zu tief da ist mir der Turbo ausgegangen in der Pfanne der geht wahrscheinlich rein ne hat er noch gerettet ok daneben so ja sehr schön ach schade will er auch mal wieder ein Ball komm runter au kurz bevor ich ein Bike kriegen kann er ist runtergekommen ja ja aber kurz bevor er runter kam bin ich explodiert da hab ich was getötet das könnte auch ja der kommt genau runter vom sehr gut hab ihn abgefälscht keine sorge ja hol nach vorne gib mir Mühe aber nein ich bin schon wieder daneben das ist ne andere Frage oh ich hab den mit dem Gegner eingequetscht sehr gut sehr schön sehr gut sehr nice ich hatte schon beinahe Bedenken dass wir nicht mehr in Führung gehen können ach schade ich hab gedacht da komm ich ganz durch ach scheiße das wär so schön gewesen so nein der andere Held ein fliegender Held so jetzt nein wollte jetzt nochmal vom Tor nein ich komm schon wieder nicht hin was okay ja mach ihn rein ne danke Gegner hat ihn reingemacht das war ja auch interessant der fährt eine Runde und ja wo kommt der denn jetzt her der Harry okay Harry war's Reporter? vielleicht weiß ich nicht ja gut den haben wir ja zwar zwischen uns beiden eingeklemmt ich bin da klappt das? ja den hat mir Neso ganz ganz lieb gelassen er hat gesehen dass ich da komm dann würde ich auch mal wieder ein Tor machen naja ich lass euch einfach mal machen ich kassier einfach nur die Erfahrungspunkte und bin anwesend sehr gut komm nicht vor nein oh 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 kann da einer kommt da einer hin ich komm da nicht hin ich hab ja sowieso schon ordentlich Abwehr gemacht das ist immer gut nein es blockt mich weg keine Sorge der kommt aber ich lieg am Boden wie ne Schildkröte dann drück A damit drehs ich auch du hast den Gegner reingekickt ja ich hab den Gegner auf den Ball gekickt so funktioniert es natürlich auch also guck der Gegner kommt da hätte der denn damit raus geschossen ja hätte passieren können fast weißt du? kann ich machen ich bin bloß glücklich dass ich hier so viele Paraden gekriegt hab oh nice das hast du gar nicht gewollt aber sah gut aus wunderbar in der Runde hab ich noch überhaupt gar keine Parade über wir müssten die mal ein bisschen zurückspielen lassen wir brauchen auch Paraden Aufgabe oder was oh da raided hat jemand geradet äh ja weil halt diese die wöchentlichen da gibt es immer verraten müssen yes hallöchen wir waren noch nicht über den Punkt angekommen und äh zuolf zuolf danke für den Raid danke 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 und schön dass ihr hier seid bei einer Runde bei einer Runde wie viele haben sie denn noch reingeradet? äh sieben Leute oh ich komm nicht hin ja du sollst mir nicht weghauen da komm ich doch nicht hin ich hab's beobachtet von hinten sehr schön ja sehr schön ich weiß genau was der Wolf getan hat ich weiß was du letzten Sommer getan hast jetzt nein scheiße er kam zu spät erzeugen oh ja oh ja oh ja nein daneben naja gut die letzten Sekunden waren jetzt ah kein Problem wir haben trotzdem gewonnen wir haben Paraden funktionieren leider nicht wenn ich selber schieße sonst wäre es schöner die Wolfsöder hat es trotzdem gewonnen wir haben gerade auch noch Trash gespielt was ist Trash? ja 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 ja